So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Der Hyperbonus Teil 2 ist jetzt offiziell angekündigt. Ihr werdet es schon gesehen haben, auch den dritten Teil, aber ich möchte für 1, 2 und 3 jeweils ein eigenes Video machen. Was ich noch vorweg sagen muss, die Verwirrung ist wieder mal verwirrt, denn im Teil 1, ne, Teil 1 war ja hier dieses Zusammen sind wir Stark Event, was jetzt am Mittwoch schon direkt angefangen hat, wo dann Sweeps reinkommen. Man liest sich alles durch, man zeigt alles und sagt, hey cool, ist kein Ticket da. Kein Ticket, was man kaufen muss, kein Ticket verfügbar. Einfach mal nur spielen, weil das ist ja der Bonus, den wir uns freigeschaltet haben. So, jetzt haben wir in dem zweiten Teil, kann ich auch schon sagen, steht kein Ticket dabei. Wow, das ist ja richtig cool. Kein Ticket. Jetzt habe ich aber noch einen Tab dazwischen auf und zwar Neuhorizonte durch himmlisches Teamwork mit dem Ticket. Besser zusammen. Die sind also, die haben uns wieder mal an der Nase herumgeführt, denn nachdem der erste Blogpost da war am 15. Ich habe den ganzen Tag geguckt. Nichts. Dann hieß es, es gibt ein Ticket, da war trotzdem nichts. Gestern am 16. Nichts. Dann wurde schon Teil 2 hier angekündigt und Teil 3. Da stand das immer noch nicht unten. Das ist irgendwie nachträglich. Haben die das jetzt hier einfach reingeschoben und 15. dran geschrieben. So eine Frechheit, sage ich mir. Aber über dieses Ticket möchte ich eigentlich gar nicht viel sagen, außer lasst die Finger davon. Beziehungsweise möchte ich nicht, brauche ich nicht, schenke mir das nicht. Ich deaktiviere dafür jetzt nicht extra meinen Ticketservice sozusagen. Aber das ist halt wirklich nichts. Da sind ein paar Items drin. Hier zwei Glückseier, neun Sonderbonbons, zwei Sternenstücke, zwei Rauchs und ansonsten kriegst du halt aus Feldforschungsaufgaben ein paar Pokémon. Das ist alles nichts. Das brauchst du nicht. Das kostet aber trotzdem 5 Dollar, weil du für den Rest der Jahreszeit mehr EP für den ersten gedrehten Stop des Tages hast. Und darauf kann man wirklich verzichten. Also die geben für das Pieps-Event, ich mache es jetzt einfach direkt zu, komm, für das Zwieps-Event. Für das Zwieps-Event, zusammen sind wir stark, ist dieses Zusammenspielen-Ticket drin jetzt zusätzlich, was du ab Mittwoch dann auch kaufen kannst. Aber da gibt es keine zehnseitige Forschung mit irgendwelchen heftigen Sachen. Da sind keine Raid-Pässe drin oder irgendwas. Dass es einfach nur den Rest der Jahreszeit kriegt ihr dann halt beim ersten Pokestop-Dreh mehr EP. Also können wir euch 5 Dollar dafür berechnen. Lasst das, braucht man nicht. Teil 1 startet am Mittwoch, wie gesagt. Ich nehme das jetzt auch am Mittwoch auf. Muss ich aber am Donnerstag irgendwie raus. Das verschiebt sich schon wieder alles komplett. Was haben wir aber im Teil 2 vom Hyperbonus? Stärke des Stahls, heißt das ja. Es wurde ja schon angekündigt, dass Togedemaru wohl als Shiny eingeführt wird. Hier auf dem Bild seht ihr auch Panzer Aeron, ihr seht Stolunior. Das Ding startet am Donnerstag, dem 25. Juli, 10 Uhr bis Dienstag, der 30. Juli. Ist also noch ein bisschen Zeit. Zusätzlich XL-Fangbonbons für Trainer ab Level 31. Erhöhte Chance für Trainer ab Level 31 auf XL-Bonbons. Wenn ihr Pokémon mit gut, großartig oder fabelhaft trefft. Zusätzliche Bonbons für gute, großartige, fabelhafte Würfe. Und dreifacher Fang-Sternen-Stau. In dem Mittwochsevent Teil 1 gibt es ja vierfach Fang-EP. Hier gibt es dann dreifach Fang-Staub. Und natürlich Bonbons, wenn du gut wirfst. Das ist eigentlich ganz cool. Denn der Staub schmeckt sowieso. Wilde Pokémon. Müsste ja jetzt alles mit Stahl sein. Alola, Sandan, Magnetilo, Tanzer, Nasgnet, Stolunior, Tanel, Bronzel, Kastadur, Galaflunschlik, Togedemaru, mit etwas Glück. Auch Onyx, Sichlor, Panzer, Aeron und Klick. Macht's da Klick? Schon wieder Klick. Klick ist ja auch beim Teil 1 drin. Als seltener Spawn, wo ich gesagt hab. Ist zwar jetzt nicht nützlich, aber wer das Shiny noch sucht, kann er ja vielleicht zuschlagen. Was würde ich jetzt hier als coole Pokémon ansehen? Im Teil 1 ist Magneton drin. In Teil 2 ist Magnetilo drin. Aber nicht als selten, sondern als eher dann häufig. Also immer noch Magnetilo-Bonbons. Weil er ist ein cooles Pokémon. Ist kräftiger Elektroangreifer auch. Also finde ich interessant. Alola, Sandan, ja, vielleicht für Leute wieder in der GBL. Tansa, ne, Nasgnet, ne, Stolunior, Mega-Entwicklung und so Zeug. Bronzel, naja, Kastadur, ne, Galaflunschlik, ja, GBL wieder irgendwas. Togedemaru, ja, neu als Shiny, wollen eh alle haben. Onyx, Mega-Entwicklung, Sichlor, Mega-Entwicklung, Panzer-Aeron, GBL, Klick, seltenes Shiny. Was habe ich bewusst ausgelassen? Tarnel. Tarnel oder Tarnhel oder Tarnel, ja, Metagross auf jeden Fall die Vorstufe. Das ist wahrscheinlich das Highlight im Hyper-Bonus Teil 2. Wilde Tarnel, Tarnel-Bonbons machen, Shiny-Tarnel sammeln, ein gutes Tarnel. Also das ist sogar noch wichtiger als Stolunior. Ach, als Magnetilo meine ich. Was verbirgt sich in den Raid-Kämpfen? Raid-Kämpfe Stufe 1, Panzer-Aeron, Klick, Gladiandri, Togedemaru. Also ihr wisst, wenn ihr natürlich raidet Togedemaru, habt ihr eine höhere Chance, das Shiny zu kriegen, als wenn ihr es versucht wild zu fangen, aber ich würde jetzt für Togedemaru keine Raid-Pace unbedingt ausgeben. Außer ihr habt sowieso keine Community, wollt euren einen Pass loswerden, ihr schafft keine Fünfer-Raids, dann könnt ihr auch natürlich gerne mal in einer Raid machen. Raids der Stufe 3, Stalos, Scherox, Flungenkiefer, Stolos. Das passt alles, weil alle vier haben auch eine Mega-Entwicklung. Also wenn ihr da noch ein bisschen Bedarf habt, nehmt das mit. Ansonsten ist davon trotzdem nicht so viel interessant. Scherox wohl noch das Interessanteste, weil auch in der GBL nutzbar. Belohnungen für Feldforschung, haben wir dasselbe wieder drin. Tarnel, Klick, Togedemaru oder Mega-Energie für Stalos, Scherox, Stolos. Es wird wieder eine befristete Forschung geben. Am Ende gibt es ein Magnet-Log-Modul, EP und Event-Pokémon. Es gibt Sammler-Herausforderungen, es gibt Pokéstop-Showcases und das war's. Das war's. Keine Sticker, was? Hyper-Bonus 2. Also für mich ganz klar, der Staub, die Tarnel, die Wilden, neues Shiny. Stahl-Pokémon finde ich an sich ganz cool. Für mich, glaube ich, interessanter sogar als Teil 1 vom Hyper-Bonus. Aber für mich das Interessanteste ist Teil 3. Aber dazu in einem Extra-Video. Das war's von meiner Seite aus schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Was ist euer Ziel im Teil 2? Schreibt's mir in die Kommentare. Und werdet ihr euch das unverschämte Ticket holen? Nein, nein und nochmals nein. Aber macht, was ihr wollt. Aber ich brauch's nicht. Bitte nicht schenken. Und wenn mir's einer schenkt, dann würde ich posten, dass es mir geschenkt wurde. Aber ich werde kein Video über das Ticket weitermachen. So, dann ist das halt Perlen vor die Säue. So, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.